guten tag hier spricht euer peter gegen machen wir die erst mal muss hauptzüge hauptzüge oh ein trinkspiel leute ok uh jetzt machen wir ein trinkspiel leute ok bin ich mal gespannt leute ok ach so jetzt raffe ich ok ah jetzt raffe ich wie es funktioniert ja zu früh gedrückt ja zu früh ja zu früh ja zu früh ja ja zu früh ja zu früh ja zu früh das ist Ok, das versuchen wir nochmal Leute. Ok, versuchen wir nochmal Leute. Sollen wir uns messen? Der Gewinn gehört dem, der am schnellsten ausgetrunken hat. Ok, dann versuchen wir es nochmal Leute. Wie viel willst du aufs Spiel setzen? Sind deine Taschen leer? Nicht schlimm. Rann ans Horn! Ok, jetzt versuchen wir es. Alles schon heftig. Wir müssen ruhig langen. Längst du einfach schon? Ok, das... Ganz ruhig, wir müssen mal ruhig... Ah, schick. Ah man, wie der vertippt. Zu spät. Ah, Mist. Ah, Mist, Alter. Oh, zu Mannes. Oh, Mann. Okay, Leute. Vormassen messen wir uns noch. Wir können uns erstmal ein bisschen ab, Leute. Kurz abkühlen. Ist das kalt? Mein Blut gefriert. Nein, das ist ein bisschen abkühlen. Du könntest nicht mehr trinken als ich. Ok, jetzt versuchen wir es nochmal, Leute. Oh Mann, das ist ein bisschen schwierig. Bist du auch so doosig? Wenn du das schneller runterkippst als ich, hast du gewonnen. Oh Mann. Von Silber willst du dich trennen. Oh, super, wir können nichts machen. Ah, Mann, kein Geld. Ah, okay. Hast du kein Silber oder keinen Schneid? Äh, kein Geld mehr, Leute. Wir haben kein... So. Dann müssen wir auch mal gucken, wie wir die Dinger machen, oder? Okay, dann werden wir hier mal ein bisschen sammeln, Leute, würde ich sagen. Okay, dann werden wir hier mal ein bisschen viel Money verloren, Leute. Okay, du bist mal jetzt, du wärst, du wärst, es wird ein bisschen schwierig, die Mission, aber wir müssen, wir werden es hinkriegen, denke ich dann. So, Leute, jetzt gehen wir hier, werden wir hier uns ein bisschen Sache holen, durch die Sache, Leute. Und wieder einen schönen Lesebrief. Oh, nee, das ist... Oh, nee, das ist... Oh, nee, das ist... Okay, das ist so ein... Okay, das ist ein Brief, oder... Okay, das ist so ein Brief, oder... Tattoo Entwurf 振りかkelt Musik 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 Was? Achtung! Bist du sicher! Halt! 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 Scheisse! Auf! Oh ja, seine Lese! Halt! 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 Okay. Du musst von der anderen Seite versperrt sein. Da ist verriegelt, okay. Ah, so kommt mal rein, Leute. Junge, Junge, Junge. Okay, ein Vorteil ist, wir brauchen... Wir brauchen ein bisschen... Okay, das Ding ist... Da rein müssen wir jetzt auch noch, Leute. Okay. 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 Ja. Okay. Wir müssen auch Pfeile immer haben, Leute. Das ist unser Problem. Pfeile und... Und... Dinger. Vielleicht können wir auch unser Mahlzeiger... Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen aufpassen, wie wir das hinbekommen. Das sind ja Übungen, trainieren. Mal gucken, wie man in der Mitte... Oder wir müssen... Oder wir müssen... Mal gucken... Wir müssen die... 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 Wir müssen die Annahre missieren. Die... Ah, das ist ein G, okay. Die... Okay, wir haben keine Pfeile mehr. Wir müssen gucken, wo wir Pfeile herkriegen, Leute. Pfeile oder... Wir müssen hier irgendwo, äh, äh... Wir müssen hier keine Bogen. Haben die hier keine Bogen, Leute. Dass wir Bogen nur sammeln können, Leute. Nur ein paar Bögen wären noch gut, Leute. Die Bögen... Ah, äh... Da haben wir Bögen gut. So, Leute. Aber wir müssen mal gucken, kurz mit der... äh, mit der Waffe... Länder, die andere sind ein bisschen besser. Okay, die ist noch besser. Okay, um... Okay, gut. So, jetzt haben wir noch Bogen wieder. Jetzt... So, jetzt können wir da reingehen, Leute. in das Gebiet, Leute. Wir brauchen ein bisschen Essen, Leute. Wir brauchen noch ein bisschen Essen, Leute. Wir müssen essen, bevor wir... ... weitermachen, wir brauchen... ...wir brauchen... ...wir brauchen... ...wir brauchen Essen... ...und... okay und leute wir müssen wirklich die in köcher verbessern leute und wir müssen die die waffen verbessern und die bogen verbessern immer ein bisschen verbessern was leute ok da ist die truhe leute da ist jetzt auch noch eine truhe die letzte truhe die ist auch hier leute das ist das ist so Ich bin so süß auf mir. Na, geht's, Oweil. Okay, die haben wir jetzt, ach Leute. So Leute, wo haben wir jetzt noch, so wo haben wir die, dann haben wir da noch so einen, dann haben wir noch einen, ja ist ja in Ordnung Leute. So, dann gucken wir mal, ich will nicht rein, ich will da hoch. Okay, dann müssen wir gleich nur das Ding folgen, glaub ich, wenn ich mich nicht hier. Okay. Okay, dann macht er es so. Okay, die nächste Artefakt haben wir jetzt. Ach, Leute. So, Leute, jetzt müssten wir natürlich erst mal Nahrung finden, Leute. Die Raubzüge waren, glaube ich, nur ich. So, gucken wir mal, ob wir hier einen Raubzug machen können oder was mit Raubzüge. Das war ein Jahr. Bei Wikinger war ja Raubzüge ja normal, normal, Leute. Dass man so zu sagen, dass man Raubzüge machen konnten. Und zwar vielleicht, dass man, wie gesagt, Raubzüge machen konnten. Das war danach manchmal gar nicht so schlecht bei Raubzügen zu machen. Artefakt fehlt uns noch. Noch ein Artefakt fehlt uns jetzt noch. Aber ich gucke mal, ob wir es jetzt machen können oder nicht. Bin ich mal gespannt. Und somit sah euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann. Und PG Beast Day.